Und ein herzliches Willkommen zurück, hey, zu Niererautomate auf dem PC mit Funkelet Gameless als Hobby. Das bin natürlich ich. Wir sind hier Laufburschen und müssen ständig hin und her laufen. Und mal gucken, wie oft das noch vorkommt, ohne irgendwas zu machen. Aber der eine schwätzt noch mit uns. Ne, ich schwätzt nicht mehr. Wir sind auf der Suche nach irgendeinem Widerstandskämpfler. Puh, nach der Arbeit würde ich mich schon gerne eingenehmigen. So, wir können nicht vorher zurück. Wir müssen wohl da hoch. Was ist mit ihm hier? Der läuft. Ich möchte dich anquatschen. Hallo? Geht doch. Meine Aufgabe ist es, die Fracht den ganzen Lager zu überprüfen und das Materiallager zu checken. Die fehlenden Materialien werden von dem Zuständigen der Gebiete vermerkt und jetzt zu angefassen weiterverwaltet. Mhm. Tuschel. Ja, ja. Tuschel. Hihi. Okay. Gut. Ah, da haben wir es noch. Aufgabe. Sorry, 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 kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Über was nachzudenken? Was? Wer seid ihr? Wir gehören zu Jura. Eine Mose sagte uns, dass wir uns hier einrichten sollen. Ach, gut. Also, worüber kannst du nicht aufhören, nachzudenken? Ach, es ist nur... Eine meiner Freunde hat eine Dose, die Musik macht, wenn man sie öffnet. Und ich bekomme dieses Lied nicht aus dem Kopf. Das Lied ist so wunderschön. So etwas habe ich nie zuvor gehört. Und noch schlimmer ist... Ich kann mich nur an den ersten Teil des Liedes erinnern. Ach, das macht mich verrückt. Ich wünschte, sie würde einfach zum Lager zurückkommen, damit ich mir das verdammte Ding noch einmal anhören kann. Tja, wenn mir ihr nicht helfen, wird sie ihre Arbeit niemals erledigt bekommen. Eine Dose, die Musik macht, seltsam. Analyse. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Spiegelvermütung, dort zu finden, wo Musik gespielt wird. Der örtliche Verkriegungspark wäre ein sinnvolles Suchbetüge. Das ist aber ein komischer Logiford. Aber hey, wir könnten es ja nicht so gut probieren. Wir haben ja sonst keinem, was dem wir folgen will. So, wir können da nicht rein. Wahrscheinlich brauchen wir erst diese Spieluhr. Greift alles miteinander überein. Oh, wir sind jetzt schon wieder flüge. Oh! Ah, wir müssen ja dahin zurück. Vor allem jetzt auch wegen dieser Spiegel. Dann gehen wir dort doch mal hin, oder? So, ab hier runter. Und schon wieder durch die Kanalisation. Auf jeden Fall finde ich noch Meisters Plinter. Ja, hier sind wir richtig. So, wir müssen ja sowieso durch den Vergnügungspark, aber dann gucken wir also erstmal hier nach der Spieluhr. Und es knigelt. Na super, immer wenn ich offen. Okay, da bin ich wieder. Los geht's, weiter geht's. Meine Freundin hat wieder was bestellt, das kam gerade an. Ich musste das dann natürlich annehmen, ist ja klar. Bärenstein gefunden. Oh, der rote Fleck ist aber klein. Brauche ich ja gar nicht großartig zu suchen. Das finden wir dann wahrscheinlich ziemlich schnell. Gut. Das war's. Der sagt nur Willkommen. Okay, sie hat auch nichts. Da liegen jetzt zwei Sachen rum. Ah, vielleicht ist es dieser Android, der da liegt. Das wäre natürlich wiederum eher traurig. Das ist die Musik aus nach der See. Oh, das Ding ist verliebt, verrostet. Sieh mal ein Leiche, meinst du Durst? Das ist der Android, der da ist, glaube ich, aber es ist ein paar Jahre lang, aber... Okay, dann hat ich wohl doch recht damit. Das mit meiner Ahnung, so. So, wir gehen uns aber erst mal zurück hier in dieses Roboterlager. Wir haben ja noch einen Auftrag dorthin. Das sieht einfach schön aus, da im Hintergrund. Oh, edle Ohrringe erhalten, man, nichts Kaputtes. Da findet wohl auch immer wieder was anderes an denselben Stellen. Und da sind die auch schon wieder zurück. Huh. Und wir können ja nicht runterfallen. Da oben muss ich hin. Pascal, Ari hat mir hochviskoses Öl mitgebracht. Deine Monose freuen sich und verständnisvoll. Wenn nur alle Androiden und Maschinen zufrieden zusammenleben könnten, das wird nie passieren. Vermutlich nicht. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch noch ein paar andere Maschinen helfen könnt. Ich habe das gesagt, ich werde nicht darüber verstehen, aber ich denke, dass ich etwas besser verstehe. So? Was ist das? Ich seh doch, dass er hier sich duckt. Okay. Und wieder zurück. Ei, ei, ei. Äh, speichern wir erstmal, oder? Das glaub ich besser. Gegen diese Goliath-Dinger, das ist ja... ...nie so einfach gewesen bis jetzt. Hoppala. Äh, da noch. Wir haben es abgebrochen. Nö, eigentlich nicht, oder? Hä? Hä? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ihr etwa? Äh... Anscheinend darf ich hier nicht weg. Zum Glück hatte ich vorher gespeichert. Okay, komische Sache. Das heißt, wo soll ich denn jetzt lang? Wahrscheinlich den anderen legt das mal runter. Den da. Jups. Jups. Ganz dann da raus. Äh... Ja. 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 Dann kann ich doch einfach durchlaufen. Kann ich doch einfach durchlaufen. Oh, das kann ich sogar. Mhm. Na, schauen wir mal, was passiert. Der hat auf jeden Fall schon angegriffen. Ich weiß gar noch nicht mal, wo er Typ ist. Oh, da ist er. Alter, das ist Ding riesig. Oh, so ein Teil schon wieder. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß gar nicht. Das ist ein Teil. Ich weiß gar nicht, dass ich den kleinen Stuhl nicht mehr verletzen kann. Ich weiß gar nicht, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich weiß gar nicht, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Oh nein. Kommt er überhaupt hier, hä? Ach, da auf dem Dach. Mal gucken, ob er da jetzt rauskommt. What's that? Was ist etwas? Da Toll! Scheiße, wie konnte ich noch mal hier runter? Hm. Nein. Ja. Wie soll ich denn da in Luft kommen? Seit wann gibt es denn hier eine Treppe? Meine Güte. Das war's. Das war's für heute. 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 Gameplayers als Hobby, das bin ich. Und wünsche euch noch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss.